Oh, Leute, ich krieg grad was rein. Hört mal rein. Rein, rein, rein. Nein, scheiße! Eigentlich sollte das hier ein schönes Video werden, dass es nach den großen Lockdowns wieder weitergeht. Ich muss mal neu anfangen, ich hab vergessen, mich vorzustellen. Wichtiger aber auch ist, die Subkultur zu unterstützen. Geht also nach der Impfung, wenn ihr ge- Hallo, wir sind Les Child aus Braunschweig. Wir haben letztes Jahr im Februar Stopp, es war dieses Jahr. Wir spielen am 1.12. in der Strangriede in Hannover, zusammen mit Tül Burgwächter. Das war's. Na, das gibt's doch endlich Hoffnung. Bald kommen wir hier raus. Ja, das war's. Hallo, wir sind Frantic Tornado aus Braunschweig. Oh, ihr seid ja schon da. Verkappt. Das ist doch schwierig. Ne, das ist nochmal ich mir ins Kript. 2021, unsere EP Monolith veröffentlicht. Und... Ja, jetzt bin ich gerade am... Ich hab's gerade gehangen, weil jetzt... Ja, haltet alle noch ein bisschen durch und nächstes Jahr sehen wir wieder. Bis dann. Okay? Nächstes Jahr sehen wir wieder. Was, sehen wir nächstes Jahr wieder, Adam? Hallo, Metalheads, wir sind Shotgun Justice ausgefeilt. Dankeschön. Das war schon wieder so lustenlos. Ah, das freut mich. Wir haben sonst so großartige Sachen geplagt. Wir werden alle ausgefeilenden, äh, ausschaltet. Künstler, wir von Nkenyo planen zusammen mit Meets to Collapse unseren Freunden ein Auftritt Ende Januar, Anfang... Nee, nee, das ist nicht Anfang Januar. Bald kommen wir hier raus. Wir haben richtig geile Ideen. Da ist er. Ja, jetzt hab ich den Text von Pobi gesagt. Pabbel veröffentlicht. Gut, nochmal. Wir werden dieses Jahr, äh, nächstes Jahr werden wir... Nein, 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 nein. Hier ist unser... Unser Outtake-Video. Beim Dreh geht immer alles schief. Also jetzt gleich geht was schief, ne? Oder? Ja, aber nicht gut. Eigentlich wollte ich nur so eine kleine Kerze anzünden. Doch dann geschah dies. Verdammt. So sieht... Äh, hier, äh, Adam. Such dir einfach einen schönen Take aus. Und lass mich dich lächerlich werken. Nein, wir schneiden nicht. Yo! Yo! Wir sind im Kasten.